Wenn Sie nicht das ganze Jahr unter südlicher Sonne weilen können, wo die Spätapfelsinen frisch gepflückt und gepresst werden, dann gönnen Sie sich zu Hause doch wenigstens ein Glas Valensina, dem täglichen Sonnenstrahl in unserem Wetter. Ach gut. Der Sommer macht heute erst einmal Pause. Über große Teile Deutschlands ziehen dicke Wolken und es regnet immer wieder. Das hält die meisten nicht davon ab, einen Ausflug im Park oder sogar auf dem Wasser zu unternehmen. Eine gewittrige Kaltfront überquert Deutschland ostwärts. Auf ihrer Rückseite wird frische Meeresluft herangeführt. Heute Nacht ist der Himmel über dem gesamten Sendegebiet meistens wolkig und es werden gewittrige Schauer erwartet. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 12 Grad. Im Norden Deutschlands herrscht starke Bewölkung wie auch im Südosten. Dort gibt es stellenweise Gewitter. Im übrigen Bundesgebiet setzt sich zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 24 Grad. Überall in Österreich wird es morgen mal aufgelockert, mal stark bewölkt sein und es soll vereinzelt regnen. Im Süden kann es auch Gewitter geben. Die Tagestemperaturen erreichen 20 bis 26 Grad. Im Nordosten der Schweiz wechseln sich Sonne und Wolken ab und es regnet hin und wieder. In den anderen Landesteilen scheint vielfach die Sonne und es bleibt trocken. Die höchsten Temperaturen des Tages liegen um 20 Grad. Also ihr beiden, dann wollen wir mal. Was gibt's denn? Yes ist immer eine süße Idee. Sag mal, was ist das eigentlich für ein Kaffee? Den hat mein Mann gekocht, als Überraschung. Ach so, das war dein Mann? Sie hat schon recht. Oh, Weiler, der hat ja wirklich kein Aroma. Ich glaub, bin gleich wieder da. Na, wie hat euch mein Kaffee geschmeckt? Schau selbst, noch halb voll. Du hast den falschen Kaffee gekauft, der hat kein Aroma. Aber ich hab gedacht, ich... An die Krönung hättest du denken sollen, die hat das ganze Aroma. Dann kochen wir nochmal neu. Ja. Nur die Krönung hat das Verwöhne-Aroma. Das riecht man und das schmeckt man. Mh, der Kaffee schmeckt ja auf einmal. Super Aroma. Von dem möchte ich noch eine Tasse. Mh, hat den auch dein Mann gekocht? Der beste von Jakobs mit dem Verwöhne-Aroma. Wunderbar. Sie erinnern sich? Letztes Jahr stand der Toyota Corolla nur auf Platz 2 der ADAC-Pannenstatistik. Und wir versprachen Ihnen, wir arbeiten daran. Und jetzt? Jetzt gibt es beim ADAC keine ersten, zweiten und dritten Plätze mehr. Und der Corolla gilt als überdurchschnittlich zuverlässig. Was auch heißen könnte, dass er der zuverlässigste Kompaktwagen ist. Aber das weiß nur der ADAC. Und wir, wir arbeiten sowieso immer daran. Nichts ist unmöglich, Toyota. Hast du alle Cracklin-Oat-Bren gegessen? Man hat sie erwischt. Wie verteidigen sie sich? Hast du alle Cracklin-Oat-Bren gegessen? Ich war's nicht. Nein, also jedenfalls nicht so richtig. Die knusprig leckeren Kellogg's Cracklin-Oat-Bren. Eine offene Packung ist schnell eine leere Packung. Ob sie merkt, dass meine grauen Haare weg sind? Da bist du ja. Ist was? Nö, fällt dir nichts auf an mir? Nein. Na, dann war meine Entscheidung ja richtig. Ob und wann sie graue Haare bekommen, das können sie jetzt selbst entscheiden. Mit Polymen-Color, dem Tönungs-Shampoo, das erste graue Haare einfach verschwinden lässt, ohne ihren Naturton zu verändern. Ich weiß zwar nicht, was du entschieden hast, aber du siehst gut aus. Woran liegt es, dass Little Joe und kleine blaue Wolke mal nicht nach Gummibärchen jagen? Das bleibt das sahnige Geheimnis von Philadelphia mit Birne. Wie ein Traum, so rein, klar und erfrischend, so pur, mild und sanft. Das neue CD-Duschgel, selbst für empfindliche Haut. Wie? Polaroid macht doch keine... Was? Polaroid hat jetzt auch Kleinbildfilme? Polaroid High Definition. Der erste Film von Polaroid für alle Kleinbildkameras. Bis gleich. Hi. Darf ich dir was zum Kaffee anbieten? Gerne. Kaffee und... Genau, Dublo. Wie wär's mit dem Schokoriegel? Schokoriegel. Oh, sie stellt Ansprüche. Wow. Ich hab's. Ich präsentiere die wahrscheinlich längste Praline der Welt. So lange Pralinen hab ich noch nie gesehen. Mh, bist du sicher? Ganz sicher. Wo sind die Duplos? Für die einen ist es Duplo, für die anderen die längste Praline der Welt. Jetzt in ihre Videothek. Stallone. Rocky V. Sylvester Stallone in Rocky V. Video bringt Kinogits zuerst auf den Bildschirm. Warum warten? Was macht eigentlich deine neue Freundin? Wirst du ja gleich sehen. Na ja, nach so vielen Zwiebeln, ich meine, dein Atem. Genießen Sie deshalb nach dem Essen Double Mint. Mit doppelter Minze, doppelt frisch. Für natürlich frischen Atem. Double Mint. Für natürlich frischen Atem. Kennen Sie die wirklich preisgünstige Versicherung, die im Telefonbuch unter D steht? Klar, na die Versicherung mit den vier grünen Buchstaben. E-E-V-K. Preiswert. Und noch. Magnum. Köstlich knackige Schokolade und zartschmelzendes Lagnese-Eis. Oft sind es die puren, einfachen Dinge, die wahren Geschmack beweisen. Einfach Magnum. Angeblich kommen in den Molinari immer drei Kaffeebohnen. Dommer Aberglaube. Okay, okay. Nein. Pudding ist Pudding. Das soll bei Darnisahne schon anders sein als bei unserem Pudding. Darnisahne ist so cremig zart. Und nur Darnisahne hat den Schlag. Den Schlag echter Schlagsahne. Mich trifft der Schlag. Darnisahne schmeckt erste Sahne. Oh. Coca-Cola Light. Das unvergleichliche Geschmackserlebnis. Noch nie hat mir eine einzige Kalorie so gut geschmeckt. Der neue Coca-Cola Light Geschmack. Eine Klasse für sich. Jetzt auch koffeinfrei. Coca-Cola Light. Wenn dir ein Fremder plötzlich Blumen schenkt, könnte das an Impuls liegen. Mille Fleur. Das neue Eau de Parfum Diorant von Impuls. Action, wie sie sie noch nie gesehen haben. Nervenkitzel, wie sie noch nie gefühlt haben. Läuft, Kavallerist. Sex, wie sie noch nie erlebt haben. Leslie Nielsen. Keine Bewegung! Soll das ein Festnamen sein? Ich würde sie aus Sand nehmen. Die nackte Kanone 2, 1,5. Die nackte Kanone 2, 1,5. Im Kino. Mutterliebe und Leibniz. Denn wen man lieb hat, dem gibt man nur das Beste. Leibniz Butterkeks. In Leibniz steckt viel Liebe drin. Leibniz von Balsen. Das waren die Mutter.